ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen episode feedlers atelier was ich euch hier gerade zeige ist ziemlich selbsterklärend ich habe hier papierstacheln aufgeklebt und der hintergrund ist jetzt so halb gemalt und ich hoffe ich bekomme dieses bild fertig bis mitte nächste woche denn dann möchte ich das in bad nauheim zeigen auf dem freiraum festival und heute abend werde ich damit weitermachen wir hören gerade 26 mixes for cash von fx twin ja und jetzt möchte ich noch mal meinem schüler der wahrscheinlich mein einziger und treueste zuschauer auf youtube ist seinen wunsch erfüllen den er mir in der schule mal hat gesagt ich soll mal mein fahrrad zeigen und damit mache ich jetzt mal was ganz neues ich werde feedlers atelier verlassen und dann seht ihr auch mal was neues und zwar hier das treppenhaus eine komplett neue sache da sind nicht auch bilder von mir schlüssel nicht vergessen so jetzt gibt es hier ein bisschen kunst und da noch ein bisschen kunst das ist eins von helix bilder voll geil das werde ich auch in bad nauheim ausstellen so jetzt kommt hier noch ein bild und so irgendwann kennt der karl das ganze haus die ganze welt kennt dieses haus so sind wir im garten da habe ich ja auch schon mal ein video gemacht den wunderschönen kletterpflanzen und jetzt komme ich gleich zu meinem geliebten fahrrad boah ist das hell und heiß heute so schaut einmal her tada that's it das ist mein bicycle das ist toll ja also das ist auch so eine art Gesamtkunstwerk das ist nie fertig es wird immer erweitert ständig werden neue Steinchen dran geklebt neue Details kleine Dinosaurier oder irgendwelche Scherben die ich auf dem Boden gefunden habe ja ich habe nämlich immer so ein superkleber dabei und entweder kaufe ich mir diese Steinchen oder ich finde einfach irgendwas vor was ich dann weitermache ja und tatsächlich es ist nicht nur ein Kunstobjekt sondern ich kann damit auch umher fahren yeah allerdings allerdings sollte ich das auch mal general überholen denn die Kette müsste unbedingt mal ausgetauscht werden ja und hier haben wir einen Tukan ein Hühnchen und ja ja ich werde mit diesem geilen Fahrrad heute zum Langener Waldsee fahren und dort mal ein bisschen Urlaubsfeeling genießen denn jetzt sind ja Feiertage geil Donnerstag Freitag Samstag und Sonntag Freitag Juhuuu Nice Achja jetzt 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 die Zeige hin so das war hier hinter dem Haus oh ich habe nur noch wenige Sekunden schon mich das machen geil diese Kletterpflanzen der Wahnsinn und mit diesem wunderschönen Naturbild sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Fiedlers Atelier